Liebe Leute, was geht? Ja, aktuell, aktuell, Leute, sind auf YouTube Reviews wieder ganz groß, ja. Und heute review ich was ganz Krasses, was ganz Besonderes. Und zwar, Leute, war ich gerade bei dem Fastfood-Laden meines Vertrauens, Burger King, liebe Freunde. Ohne Witz, das ist jetzt kein Witz, ich bin da höchstens einmal im Monat. Das ist kein Witz, ne, also ich bin nicht jeden Tag bei Burger King, auch wenn ich so aussehe. Und die haben da angeboten eine Mystery Box. So sieht das Ganze aus, da ist ein Fragezeichen drauf. Und das, das kostet, glaube ich, 2,95 Euro und da ist irgendein Hamburger drin. Ich habe keine Ahnung welcher. Und wir reviewen das Ganze und gucken mal, was ich denn hier bekommen habe. Oh, wie cool. Ich habe einen, Leute, nice, das ist Unboxing. Ich habe einen Whopper Junior bekommen, liebe Freunde. Das ist der Whopper, ja, in klein. Das ist der Whopper, ja, in klein. Oh, der ist ja mega heiß, der ist ganz frisch, Freunde. Das Ding, liebe Leute, besteht natürlich aus Brötchen. Dann ist da die typische Mayo-Soße, ne, ein Salatblatt, eine Tomate, eine Gurke, ein bisschen Zwiebeln, Ketchup und zwei Buletten. Und ist keine Soße mehr. Sätze, das ist in diesem Whopper Junior, liebe Freunde. Ja, auf jeden Fall krasse Review, dann wisst ihr jetzt schon mal Bescheid. Mein Mystery Burger, ein Whopper Junior, woraus der besteht, wisst ihr jetzt auch. Auf jeden Fall ein schönes Unboxing, ja, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Gute am Whopper Junior ist, er ist sehr schön handlich. Man kann ihn super halten. Das ist das Tolle, weil normalerweise, du beißt in den Burger, er fällt auseinander, überall ist Burger. Und der hier ist einfach super schön handlich. Du kannst ihn super in der Hand halten und einfach ganz locker reinbeißen. Ohne Probleme, ne. Geschmacklich kann man bei diesem Burger halt überhaupt nicht meckern. Der schmeckt super geil. Ich mag dieses, man sieht halt, das ist halt immer auf dem Grill gemacht, ne. Bei Burger King. Und das schmeckst du, du schmeckst halt dieses rauchige, dieses grillige. Wisst ihr, was ich meine? Das schmeckst du halt super raus. Dann ganz dezent natürlich die Soße und so. Also mega gut. Und das Schöne echt ist an diesem Burger, er zerfällt nicht. Du saust dich nicht total ein. Deswegen, der Whopper Junior, liebe Freunde, mega schöne Wahl, was in dieser Mystery Box für mich war. Der Burger ist gegessen, liebe Freunde. Ich kann mich nicht beschweren. Der Burger an sich war super. Bekommt von mir eine 9 von 10 Muri-Köpfen, ja. Weil dieser Burger, er ist geschmacklich geil. Du kannst ihn super halten. Und das war in dieser wunderbaren Mystery Box. Ich freue mich, dass in meiner Mystery Box tatsächlich dann der Whopper Junior drin war. Ich hoffe, euch hat die Review zu der Mystery Box, beziehungsweise dann dem Whopper Junior gefallen. Wenn ja, lasst euch eine Bewertung da, Leute. Einen Kommentar für mehr nice Food Reviews von eurem Lieblingsdicken. Dankeschön, liebe Leute. Schönen Tag noch.